Willkommen zurück! Willkommen zurück! Zu den Quatschtanzen! Zu der Quatschtante! Und Ruko! Wir haben nur eine Tante! Und unserer Ruko! Ruko der Adonis! Ruko der Sonnengott! Ruko mit den dicken Piepen! Gesundheit! Titten! Ganz eindeutig Glied! Donald Trump mach mal Bing Bing Bong hier! Bing Bing Bong! Bing Bing Bong! Bing Bing Bong! Bing Bing Bong! Ja aber echt, kann man nicht ganz nehmen! Ach du Scheiße! Was war das denn? Ah geil! Wir haben den Brennbahnen Kamin gefahren! Oh mein Hammer! Genau! Wir hatten so einige Maps schon lange nicht mehr! Was ist denn da drin? Feuer! Und es tut weh! Feuer! Ich hab mein Hammer wieder gefahren! Im Kamin! Im Kamin! Was warst du da? Nix! Oh nein! Nix! Aber mir fehlt, mir fehlt irgendwie... Wie hat direkt jemand geschossen? Niemand! Ich war's nicht! Mir fehlt irgendwie das Bürogebäude mit den Roboter! Was war das? Herr Tobi! Ja! Ja! Hättet ihr noch Roboter! Halbzacko! Hallo! Ja da ist schon ein Bürogebäude, da sind Roboter und wenn du es dann becherst, hast du dich da drin eingesperrt! Ich weiß ja! Und die versuchen dich natürlich zu schnetzeln! Äh hier ist ein Toter! Okay! Jetzt schon? Quinski ist tot! Warum? Okay! Erschossen! Oh ich mach da mal jemanden! Oh Gott! Es bin's alles! Gleich sterbe! Was? Oh! Ich geh die Treppe runter! Oh! Ich geh die Treppe runter! Ich geh die Treppe runter und ich sterbe! Ich geh die Treppe runter und ich sterbe! Oh! Ach hier ist wirklich ein Toter! Wahrscheinlich die Treppe runter, weil ich kenne das! Ja und... Tobi ist bei mir! Ja! Ich hab dich gesehen! Ah! Shotgun! Ich bin in meinem Büro! Ich möchte nicht gestört werden! Ich sag meiner Sekretärin Bescheid! Ich muss hier wichtige Sachen... Bist die Sekretärin mit im Büro oder? Ne! Ne! Ich bin alleine! Ach Tobi, du kriegst nix! So! Was? Erlaub ich dir! Hi Nuka! Meine Sekretärin ist ja gekleidet wie eine... Warum hast du neulich? Das ist mein Büro! Wer ist denn hier? Hallo! Alles gut! Alles gut! Ich geh weg! Was ist mit dir los? Ja! Oh! Oh! Vorsicht! Vorsicht! Da ist Nuka! Da ist Nuka! Ich hab'n gehört! Ja ich auch! Ich geh weg von hier! Ja nein! Er ist jetzt gestorben! Okay! Wer ist das hier? Ich möchte es nicht sagen, aber Zeitung war's nicht! Ich will nur vorbei! Ich will nur vorbei! Alles gut! Aber hier ist irgendeiner gestorben! Ich hab's gehört! Okay! Boah! Das ging aber diesmal super schnell! Meine Fresse! Ich hab's genau gehört! Ich hab's genau gehört! Doraxu? Oh! Ich bin ne... Okay! Doraxu? Jo! Doraxu ist tot! Äh? Echt jetzt?! Ja, aber alle haben's uns geredet! Tobi hat eben noch was gesagt gehabt! Nettes Tag! Dora, Nuka und Zaku haben sie gesehen! Wer ist das? Ääääh! Tobi ist aus dem Keller gekommen! Alles gut! Wir sind cool! Ja, ich weiß! Tobi ist aus dem Keller gekommen und läuft da auch hinterher, ja? Oh, ich hab keinen Verdacht, wenn ich wer ich bin! Gar keinen! Ich hätte schon einen Verdacht, aber... Ja, das sagst du auch! Nee, das ist überhaupt nicht... Das ist nur Gefühl! Das ist kein... Das ist überhaupt nicht stichhaltig! Ich höre jemanden tanzen! Ich höre jemanden tanzen! Über mir? Unter mir? Über mir? Äh, irgendwo ich im Keller! Nee, über mir! Über mir! Dora! Ist oben! Das ist oben! Ist jetzt gestorben! Der ist jetzt gestorben! Nein, Nuka, gehst du bitte weg! Oben! Nee, das war hier links! Nein, das war oben! Das war direkt über mir! Oh, Tobi! Wer lebt noch? Er hat Falko erschossen! Er hat Falko erschossen! Alles klar ist Tobi, ne? Wie bitte was? Oder du bist es? Dann laufe ich Tobi hinterher! Tobi ist drauf! Da draußen! Ich verfolge ihn! Er ist jetzt, äh, in dem, äh, in dem, äh... Oh Gott, wo ist denn das hier? Könnte Tobi dazu seine, äh, Tobi sich selbst verteidigen? Oder macht er einfach so... Er ist in der Garage! Oh, Scheiße! Ja! Ja! Oh! Hey, Nuka, das war doch ein Schreckschuss, oder? Natürlich war das ein Schreckschuss! Oh, Entschuldigung! Ja, aber... Wieso hat sich die Bahn nicht getroffen? Weil ich seh nur noch die... Ich hab... Ich hab nur noch die Melone fliegen gesehen! Ich bin echt... Ich bin echt... Ich bin echt... Ich bin echt... Ey! Ja, das ist genau so, keine Ahnung, was du gesagt hast, aber es ist nicht genauso, ja? Du Gavier gewonnen! Natürlich gewonnen! Ja, wer hat die Arbeit gemacht? Ich wieder! Äh, ich hab Tobi gemacht! Ja, von wegen! Äh, das ist genau hier in meiner Nähe gewesen! Echt, du hast Tobi gemacht? Ich hab Tobi gemacht! Ich hab Tobi gemacht! Bis ich... Äh, ich bin nach Tobi... Zu alt! Ich hab Tobi gemacht! Ich bin... Und dann... Ich hab Tobi gemacht! Ich hab Tobi gemacht! Brote! 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 Was willst du denn, Nuka, du Marmelade? Ey! Brote! Hilfe! Marmelade! Brote! Wer läuft mir da die ganze Zeit hinterher? Wer ist das denn? Groter! Brote! 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 Oh, okay, hier ist jemand! Ich hab ne Leiche gefunden, aber ich kenn die! Ey! Brote! 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 Ach du Scheiße. Okay, da geht irgendwas ab. Könnt ihr mir Infos geben? Okay, Quincy ist weg. Wer ist das? Ey, ich geh jetzt weg. Du, warum bist du so schwer verletzt? Warum? Weil Noctura mich angeschossen hat und er hat gesagt, ich darf ihn anschossen. Ihr solltet doch nicht streiten, Kinder. Anscheißen, äh, anschießen? Ja, aber das war leider ein Headshot. Sehr gut. Ein Headshot. Ich kann nichts dafür, ich kann nichts dafür. Auf den Kühlschießen hab ich in den Kopf geschossen. Er hat gesagt, du darfst mich einmal anschießen. Dann hab ich einmal geschossen und er war tot. Voll in den Kopf, Lutz. Geil. Ist das geil, ey. Oh Gott. Ist das geil. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Ah, wer bist du? Okay, Luca ist nur hier. Okay, Quincy hat sich mittlerweile von mir getrennt. Keine Ahnung, wo du das bist. Quincy, geht's dir gut? Ja. Okay, das freut mich, aber bleib weg, ja? Ich trau dem wieso gar nicht. Keine Ahnung. Wieso denn? Ja, weiß ich nicht. Ich bin doch noch Lehrling. Ja, ja. Warte, 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 warte. Auch ein Lehrling kann mich treffen. Das ist kein Argument, ja? Ich bin doch noch Lehrling. Was heißt hier, ich bin doch noch Lehrling? Ach, boah, ich sind ja nur Leichen, ey. Was ist denn los, ey? Ich hab auch schon Angst, ey. Ja, ich bin gleich die nächste Leiche. Ich, ich, ich seh das schon. Nein. Ja, ja. Doch. Deine beruhigende Stimme hilft auch nicht. Die beruhigende Stimme. Ja, ich steh hier, weil ich einen Flick haben will. Ja, ist mir scheißegal. Ja, warum hast du deine Kreise? Das war nur Zufall, ich bin weg von dir. Noctua ist tot. Was? Okay. Noctua ist tot. Okay, okay, so langsam. Der ist bei den parkenden Autos gewesen. Okay, so langsam wird's unangenehm. Okay. Scheiße. Ah, keine Ahnung, ich hab dir Verdacht. Ich hab mich gar keinen Verdacht. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt. Ah, Junge, Junge, Junge. Was soll ich mich hier verstecken? Gibt es hier Toiletten? Soll ich mich verstecken? Gibt es hier Toiletten, ne? Ja, ich versteck mich hier in der Toilette. Ach du Scheiße. Ach was. Ach, sieh mal einer an. Huhn, ich höre einen Huhn. Ja, hab ich auch gehört. Ah, Scheiße. Also ich bin weit weg, das ist ganz schön. Wer bist du? Na hier, Huhn. Was? Was? Okay, Psyko, Psyko, hi. Alles cool, alles cool. Alles cool, alles cool. Wir sind friedlich. Ne, ne. Wo ist Quincy? Wo ist Quincy? Das gehört irgendwie nicht. Ja, weißt du nicht, der ist weg. Aber warum laufst du mir hinterher? Warum? Ich laufe dir nicht hinterher, ich bin da hierbleiben. Ah scheiße, hier ist ja, ah scheiße, Einwandstraße. Ja, du bleibst da, du bleibst einfach da. Nee, nee, lass mal. Du bist weg von hier. Okay, dann geh weg. Hier ist ne Pflanze, hier ist ne Pflanze, die mich bewegt. Luca! Alter, Luca, erschreck mich doch nicht so! Ja, meine Fresse, die Geister versuchen, mich zu bringen. Was? Oh, schieß mal doch, du! Oh, schau. Weil die's Arktrecher sind hier, ey. Mein Arktrecher. Ich hätt Luca lieber ganz erschießen sollen, ey. Ich hab mich neun! Du hast gesagt, ich hab einmal schießen. Du hast gesagt, ich hab einmal schießen und ich hab einmal geschossen. Hätt ich lieber gar nicht schießen lassen sollen. Scheiße. Ich schieße gleich random ab, ist mir scheißegal, jetzt. Das darfst du nicht, das geht in die Spielregeln. Ja, egal, jetzt. Äh, ich glaub, das Knife hat sich verabschiedet. Nein, was? Sie hat sich ja entschuldigt. Ich hab eben gerade die ganze Zeit versucht, das Manipulationsmesser zu finden, aber ich hab's nicht gefunden. Das, ach, irgendwann krieg ich nur Kammer. Vor allen Dingen, ja, weißt du, was noch gefehlt hat? Äh, hier, man konnte sich doch eigentlich heilen, oder? Das ist auch weg. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also, man konnte sich doch als Traitor heilen und alles unter die Sprutze. Ja, genau, Medipack. Ah, stimmt, äh, genau, das haben doch immer noch hier die Traitor und diese Medipacks, oder? Und ich habe mit neun, mit neun überlegt, weil die Geister mich immer wieder abgekriegelt haben. Was? Was, du auf, Firaxo? Ich wollte gerade sagen, Rutos. Ja, ich auch. Ruko, weil ich an Ruko nicht drangekommen bin. Der hat nicht stillgehalten. Was? Quidzi! Oh, scheiße, ich wollte Quidzi. Okay. Okay? Oh, scheiße. Suka, wie so läufst du weg? Das ging aber schnell. Was? Tobi, du bist mit Schuss gelaufen, Tobi. Ja. Ich bin auch mit Schuss gelaufen. Ich habe doch heute den Schuss halt nicht gehört, so. Scheiße, was war das denn? Ah, Ners. Wer war denn das jetzt alles? Tobi und Quidzi, die einzigen beiden Toten. Ja, da seid ihr aber viel zu... Oh, okay, dann, entschuldigung, zurückgezogen. Nur ein Schatz. Acht, 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 Acht. Ein Kunde, ich hörte das mal. Wie lange hat die, ohne gedauert, fünf Sekunden, oder so? Ja, ihr Robo. Geil. Kürzeste Lande der Welt. Nee. Das war einfach nur blöd. Ja, aber schieb ich auch nicht. So, ich brauche eine gute Waffe. Brrrr, witzige. So, so ein Quatsch, ey. Was ist ein Quatsch? Aber ich habe eine ganz... Ich habe eine Waffe, die war völlig unkonzentriert. Ich habe keine Waffe. Ich hätte gerne eine. Ich habe eine McTain, aber ich mag die nicht. Schmeiß die Welt. Hier, jemand ist explodiert. Danke. Der Disco. Ich gehe mich selber schießen. Oh, ich habe eine Schrotze. Hä? Ich habe immer noch eine Waffe. 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 Das ist alles cool. Oh, cool. Nicht mal auf Zimmertemperatur. Scheinsteuer. Hanuka ist immer am Brennen. Das ist die Leidenschaft. Ja, deswegen ist es auch heute so wahr. Warum müssen wir überhaupt heute aufnehmen, sag mal. Warum? Das ist ganz viel wahr. Scheiße, da habe ich zwischendurch wieder jemand auf mich geschossen. Wuku? Ja. Aber was habe ich auf die Tür geschossen, wo ich durchgelaufen bin? Wuku, das Karkus ist in den Metall. Ja, ey. Du sag, warum lachst du so dreckig? Das war nichts. Warum schießt du auf mich? Er hat auf dich geschossen. Doch, er hat gerade auf mich geschossen. Okay. Doch, aber er hat es nicht nochmal gemacht. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher. Könnte auch ein Schreckschuss gewesen sein. Aber ich würde auch... Hier wurde was erschossen. Ja, ich habe gerade auf Quincy geschossen. Aber auf einmal sage ich... Wuku hat sich mehr richtig gemacht. Quincy hat auf mich geschossen, aber seitdem nicht mehr. Es könnte auch ein Schreckschuss gewesen sein. Ja, witzigerweise... Ich glaube, Quincy schießt generell auf jeden Kerl. Ja, witzigerweise... Ja, witzigerweise... Alter, der hat Feuer auf mich geschossen. Oh Gott. Scheißbeschiebte, blieb ich schon wieder. Ah, Mist. Hilfe? Ja, bestimmt wieder Nuka oder Huku. Anders geht es gar nicht mehr. Äh, nee. Oh Gott. Anders geht es auch gar nicht mehr. Was macht ihr denn? Was? Nuka? Ja, okay. Das ging diesmal in die Hose. Okay. Mach sauber. Quincy war unschuldig, Jo. Was? Quincy war unschuldig. Ja. Und unkonzentriert. Und unschuldig. Aha. Ah, tut das gut. Äh. Ich habe Angst. Da geht einer ab, ey. Ah, Junge, Junge. Was ist das denn? Okay, Nuka geht einer ab? Äh, da bist du ein Steilko. Äh, okay. Hier ist Nuka. Nee, geh, 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 weiter, geh, weiter. Ja, okay, alles cool, alles cool. Alles cool? Ach, hier geht es überhaupt nicht mehr. Nuka ist in deiner Nähe, Nuka, nur 10 Uhr, ne? Ja. Ja, darum kann ich auch nicht zurücklaufen. Darum ist, äh. Okay, ich laufe auf jeden Fall weiter, also. Okay, ich laufe jetzt auch weg. Warte mal. Lauf doch alle weg. Hm, zu Recht. So. Äh, Tobi, geht es dir gut? Okay. Bestimmt jetzt schon. Äh, Viraxi. Oh Gott. Okay. Lieber Gott im Himmel. Ach, schammelst du, wie Viraxi auch tot? Wer war hier? War, äh. Ach, die Scheiße. Also Tobi und Viraxi auch tot. Ah, scheiße. Lukas Christ erschießt sie. Ist er safe? Ist er safe? Was? Ich bin evangelisch, darf so sein. Also Christ. Okay. Also aus Prinzip schon tot. Nein. Natürlich nicht. Wer lebt denn noch? Niemand. Boko. Boko. Ja? Komm, die beiden sind's eh wieder. Ich habe, ich habe Psycho ein Baby angehangen. Ich will nicht mehr. Ich habe sofort Papa gerufen. Ja. Papa ist doch gut. Hi. Vater meines ungeborenen Kindes. Oh, oh, oh. Ah, 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 ah. Sch, 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 sch. Alter, Vater. Oh, oh, oh. Oh, man. Oh, fuck. Was? Ich bin fest. Was? Ich habe Angst, ich habe Angst, ich bin jetzt eh tot. Ja. Ja, freue ich mich nicht zufrieden, ich bin jetzt eh tot. Ist der interessant? Oh, ist das geil? Ist der noch viel geiler? Wie nehm ich die denn auch? Echt? Oh, scheiße, war ein Fake. Ja, nicht? Äh, was leckt das denn so? Sag mal. Ah. Ist doch nicht nur normal. Hä, was mache ich denn jetzt? Sieht da alles zu? Habe ich mich eingesperrt? Das ist aber, das wäre aber scheiße. Ah, ne, doch nicht. Kann ich mal die Fresse halten, sag mal? So. Was? Ich bin freundlich. Warte, das haben wir gleich. Ich erlöse das. Ja, bitte. Äh, hättest du Schubi, der mich besiegt? Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht normal. Ruku, starte den Server neu. Hä? Wie können das denn so viele sein? Ruku, warum bist du tot? Durch meine Hand, Baby. Boah, Vollidiot. Lässt sich von so einem niedermachen, ey. Ja, wahr? Also, das wird schon was heißen, ne? Lusche. Alles muss mal die alleine wache, ey. Voll unfair. Ach, Luca. Nuki, schnuki. Wo bleibst du denn? Erlöse mich doch jetzt. Oh, scheiße, da komm ich nicht mehr zurück. Mono! Du musst den ganzen Weg da hinlatschen. Boah, ich hab' herzreißig. Luca, hast du mir meint, ich muss ein Bonbon nehmen? Du glaubst doch wohl nicht, in den Ernst, dass ich dir irgendwas hier Zeit gebe und hast du nicht gesehen. Natürlich nicht. Ich hab' den unten verlaufen! Hatt' ich vorhin hoch. Mach dir nix draus. Ich bin wieder da oben. Oh! Hä, wo hab' ich das denn jetzt her? So viel Zeit hab' ich gar nicht mehr. Was fällt mir jetzt das auf? Koko, hattest du nicht mehr gehabt? Vollidiot. Geht das gleiche wieder los. Jetzt hab ich so oder so verloren. Hast du jetzt Ragnarpt, mein Freund? Das glaub ich jetzt nicht. Wie? Nein... Ich hab' meinen Fingern gelbten gelbten. Nein, 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 nein... Das passiert jetzt mal nicht. Steht mal gemachbar. Oh! Smaul! Der hat übrigens noch ganz wenig HP, der ist schon auf Rot. Egal. Kannst du nicht noch irgendwie ein Radar kaufen oder sowas? Habe schon. Das Ding ist nur, das hat Verzögerung. GITA! Das ist das Problem. Bist du treffend? Huch! So! Alter Feige! Immer muss man die Arbeit heute alleine machen. Tschüss Leute! Bitte! Tschüss! 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 Tschüss!